Ah, meine Freunde, weiter geht's, wir kochen heute. Wir sind wieder da. Ach, jetzt haben wir gleichzeitig gesprochen, ne? Ach, ich schneide dich einfach raus. Mach's mir immer. Mach's schon. Und ich schneide mich raus. Oder ich setze uns hintereinander. Viel Spaß beim Schneiden. Wir haben jetzt schöne Rezepte bekommen. Schöne, seltsame Rezept. Dann gehen wir nochmal zum Kochtopf und versuchen, was zu kochen. Cool, finde ich auch Geld Nummer 8. Ich hab letztes Mal nachgeguckt, was Wet Number 2, also Rot Nummer 2 ist. Das ist ein krebserregender Farbstoff, mit dem früher M&Ms gefärbt worden sind. Das haben sie dann verboten. Kochtopf. Wow. Ich brauche auch noch irgendwo Minze, oder? Minze? Hast du nicht... noch die Pfefferminze? Und Otis? Ja? Bauen wir von oben nach unten an, oder kannst du dir alles merken? Kann man alles merken. Okay. Dann sag ich nichts. Million hat er gleich. Jetzt hat er wahrscheinlich alles reingeschmissen, oder? Nein. Ne. Muss ich jetzt wirklich viermal machen. Probier mal. Schauen wir mal, was ich beim fünften Mal mache. Anscheinend haben wir echt unendlich Pfefferminze. Hä? Good thing, I've got a million of these. That doesn't seem to work. Was? Du klickst daneben, oder? Ich drücke nie daneben. Good thing, I've got a million of these. Vier. So, grünen wir mal fünf. Ich muss das Rezept nochmal sehen. War das ein Stück Papier? Ich glaube schon, oder? Ja. Eine Strange Zimt. Ach, das war ein Blättermint. Ich habe Pfefferminz gelesen. Passt doch. Wo haben wir denn bitte den Human Skull her? Suppenhuhn haben wir einen Huhn. Schiefen. Schieflaumen mit Sprengstoff. Kiespulver nochmal, oder? Was ist Affenblut? Tinte haben wir auch. Wein. Wein ist Affenblut. Rot. Rot. Wenn es Weißwein ist. Na gut. Minzstangen. Zimtstangen, nicht Minzstangen. Ah, weißt du, was der gepresste Menschenschädel ist? Warte. Da ist er. Nein, nein. Ja. Was? Probier mal. Der schmeißt einfach alles rein, was ich sage, oder wie? Guter Wein. Hast du die Zimtstangen schon drin? Das sollte genug sein. Ja. Ähm, Sprengschießpulver. Muss ich das jetzt schöpfen? Nee. Ich werde nur das aufpassen, wenn ich wirklich muss. Hahaha. Schau mal weiter nach oben, was wir nur haben. Das Gummihumus ja noch mit rein. Stimmt, und die Tinte auch. Ja. Just a drop. Jetzt wird er gleich zum Koch. Da ist es. Schade eigentlich. Worthless, ja. Hat er das nicht in jeden Teil? So. Die habe ich doch eigentlich schon genommen. Oder nicht? Habe ich es vergessen. Ich muss es mal vergessen. Ich liebe Cinnamon. Cinnamon. Direktions to Monkey Island. Zimt haben wir, Minze haben wir vier. Zimt haben wir, wenn es die Flagge war. Tintenfisch, Tinte haben wir, Affenblut. Suppenhuhn. Ziesel eigentlich auch. Was ist dann das hier? Two Pints Monkey Blood. Die Frühstücksflotten. Three ounces Brimstone. One or more. Meinst du wirklich? Probier mal die Frühstücksflotten. Oh, this is gonna be good. Yikes. Oh, I think I'm getting dizzy. Overcome by the fumes and stench, Guybrush quickly loses consciousness. Moments later, the voodoo spell kicks in, turning the ship to an unknown heading and off on its mysterious voyage. Days pass. Days pass. Oh, I feel awful. It's full of crap. How can I have to eat this? Is mein Zaubertrank wieder weg, oder wie? Man schießt bloß, Pulver explodiert bloß einmal. Holy Monkeybladders! It's Monkey Island! Well, let's see anything special about it. Well, let's see anything special about it. Ah, geh doch runter. Was musst du denn auch alles untersuchen? Benutze. Cheese-Pulver. Deklariert mit XXX. Ja, was sonst? Heutzutage deklariert man damit andere Sachen. Man schießt bloß, anything special about it. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Ich kann die Leiter nicht benutzen. Man schießt bloß, anything special about it. Ich will wieder hoch. Zu komplizierte Steuerung. Was möchtest du denn jetzt? Ich schmeiße Cheese-Pulver rein. Okay. Wir sind fertig. Wir sind bei Melee Island. Ja, aber das ist doch jetzt irgendein so ein... Wir haben das Rezept machen müssen, um nach Melee Island zu kommen. Jetzt sind wir bei Melee Island, jetzt müssen wir auf die Insel. Brich mal die Leute an, vielleicht helfen die weiter. Ah, meine rebellische Crew. Hey, schau. Wir haben es zu Monkey Island. Lass uns wissen, wenn du den Gäufer gefunden hast. Wir haben einen extra Schraub, den sie nutzen können. Ich sage, unsere hilfreiche Crew. Na gut, es gibt eine Kanone oder so. Leertaste ist anscheinend Pause. Die macht man jetzt natürlich noch nicht. Dann nehmen wir doch mal Schießpulver. Kanone braucht Schießpulver. Kanonenrohr. Sehr akkurat. Das war's. Jetzt zeigt er mir auch nichts, was war. Und ich brauche eigentlich auch eine Lunte, oder? Ja. Da habe ich doch irgendein langes Seil. Macht er das? Haha. Jetzt brauche ich Feuer. Ja. Das ist nichts, was spezielles über das? Irgendwas, was brennt. Wir haben genügend, was brennt. Wir brauchen nur Feuer. Falsch. Loderndes Feuer. Das... Das sieht gut aus, ja. Ich habe noch ein Seil. Ich nehme jetzt einfach mal ein Seil. Das ist die... Das macht das Seil. Ich muss das später brauchen. Ja, denke ich mir auch. Das ist doch genau. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Was? Ich glaube nicht, ich kann es nicht mal benutzen. Die Cinnamon Sticks. Gehen die? Brennen Zimtstangen. Ich glaube nicht, es wird Feuer. Nein, anscheinend nicht. Die Feder brennt wahrscheinlich auch nicht. Die Visitenkarte von Stan. Ich werde sie alle brennen. Die brennt. Jetzt habe ich einfach voll Flammenmeer im... Ja. Ich hoffe, das... Verbrennt nicht in so einer Tasche. Was ist denn da? Ähm... Wahrscheinlich muss ich vorher reinsteigen, hä? Ja. Machen wir das nochmal, dann brauche ich nochmal ein neues Schießpulver. Ich sehe nichts Speziales über das. Ich sehe nichts Speziales über das. Ah, nein, in diesem Fall nicht. Ich habe das jetzt rausgefunden, wie es geht. Wie? Wenn du links klickst, dann geht er runter. Wenn du rechts klickst, sagt er, er sieht nichts Besonderes. Ah, okay. Hast du mal rechts geklickt? Ja. Ab und zu. Mal, ich sehe nichts Speziales über das. Deja vu. Deja vu. So. Ja, du sollst da reinsteigen. Nee, du musst da so Schießpulver reinnehmen. Stimmt. Dann musst du das anzünden und dann musst du in dem Moment wahrscheinlich reinsteigen. Ja, das wäre ein bisschen fies, oder? Nee. Mal, ich sehe nichts Speziales über das. Deja vu. Deja vu. Habe ich denn noch für Optionen? Du musst anzünden und dann... Ja, wie soll ich das auf die Schnelle schaffen mit der dämlichen Steuerung? Wer will über die schwierigen Plattformen spielen? Ja. Ah, jetzt zurück das Geld, also beziehungsweise Inventar. Ja, oder so. Ach, ich war sogar schnell genug. Machst du fast selbst. Teil 3. Teil 2 ging ja zu schnell. Das gefix, ja. Teil 3, aber nicht. Brenn der Arsch. Hände ein Affe rum. Aua, tut das weh? Dafür muss ich nicht pupsen. Das gibt's ne schöne Stichflamme. Ein Toothrot. Den kennen wir ja. Ähm, kann ich jetzt endlich mal aufstehen? Ja, automatisch ist ausgegangen. Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate Lechuk. Heilige Offenkopf. Impact on the environment and the tourist trade. Tourismus, ja. All Monkey Island Cannibals are encouraged to attend. Monkey Island Cannibals. Und das sind's Bewohner. Richtig. Es ist gelb. Es ist schon mal gut. Ähm, ja. Stück Papier, alles mitnehmen. Ich lasse es hier. Okay. Das ist strange. Es sagt Sea Monkey. Ja. Mehr gesehen im Tagebuch. Jesus Dschungel. Uah. Die Insel ist größer. Affe. Spalte. Ich kann nur zu Affe und Spalte und Strand, oder? Nee, du kannst glaube ich einfach so rumgehen. Du kannst irgendwo hin klicken. Ah, da geht das übrigens mit einem Doppelklick. Ah. Boah, das ist ja richtig groß. Boah, da lassen mich meine Rätselfähigkeiten auch wieder aus. Gehen wir zur Spalte. Ah, nix im Paddel. Mhm. Je zu kräftiger Baumstumpf. Gehen wir da hin? Sieht sehr schmerz. Es ist ein Paar von Oben. Und ich kann es nicht von hier erreichen. Seil? Ich kann es nicht von hier erreichen. Meinst du, der krabbelt runter? Wir haben kein Seil mehr. Wo ist denn das hin? Wir hatten es doch noch. Ja, wahrscheinlich das letzte Stück ganz zufällig. Verbrauch. Okay. Schauen wir uns halt ein bisschen um. Wo war der Affe? Da ist der Affe. Rede mit Affe. Gib ihm meine Banane. Das scheint nicht zu funktionieren. Hm. Kann er nix machen mit dem dämlichen Affen. Ich glaube, das kommt ja später. Und sonst würdest du den Affe auswählen können. Ah, ich klicke hier. Er läuft nach links. Der muss um die Spalte ja rund um. Boah, das ist ja richtig groß. Ausgetrocknetes Fluss. Aber... Das ist doch nicht hinten zum Teich. Ah, da geht was. Ah. Teichnen die das? Moment mal. Das ist ja nicht. Diesmal ist Cannibale übersetzt. Das ist ein bisschen durchgeknallt, der Alte. Red mal mit der Leiche. Geht das? Ja. Wie vermutet, geht es nicht. Oh, der hat ein Seil. Auch in der Hand, oder? Milo hat es nichts Speziales über ihn. Das scheint nicht zu funktionieren. Was? Das scheint nicht zu funktionieren. Er scheint nicht zu funktionieren. Jetzt habe ich den noch im Invertar nicht mehr viel. Nicht viel, was den Ding überliebt hätte. Ja, genau. Der will wirklich nur Stables. Klammern damit. Kann es sein, dass wir das Flussbett ausfüllen müssen, sodass die Leiche das Seil fallen lässt? Schau mal, das ist doch dann links aufgestaut, oder? Fußgabelung. Gucken wir mal, was da noch ist. Nix. Da kann ich zumindest nicht rüber. Lauf schneller. Ja, der Fluss da. Und auch bei uns. Ja. Milo hat es nichts Speziales über ihn. Und davon, ob es auch noch heiß ist, wenn der Teil rauskommt. Ja, du wolltest noch was sagen? Da links hinten ist eine Treppe. Ein Stein. Eine Treppe im Stein. Auf der anderen Seite vom Bildschirm. Auf der anderen Seite des Flusses. Das meinst du, ja. Das muss ich aber erstmal hier rüber. Das kriegst du hin. Mit Notiz. Ah, das ist eine Notiz. Ich bin kein Geologist, aber judging bei diesen Concoidal Fractures, ich würde sagen, das ist ein Stück von Flint. Cool. Natürlich. Messie Sacrificen? Hört mal, was wir machen müssen, um die Lane zu befreien. Wahrscheinlich jemanden opfern. Lauter Notizen. Bitte stoppen das. Es ist delicatlich gebalanced. Hermann Toothrod. Es ist eine incisive Repräsentation der Fütilität des Menschen, oder es ist ein Lüge und ein paar Rocken. Das scheint nicht zu funktionieren. Oh, jetzt bin ich aber hoch. Da vorne ist die Palme. Die einzige Palme. Da kommt der schon wieder. Oh, so eine schöne Aussicht. Buchhalte. Das wäre eher der Hausmeister, Caretaker. Ich dachte, das Island war uninhabited. Well, you thought wrong. My name is Toothrod. Herman Toothrod. Was? Ich lebe hier. Das hat sich erst wie ein Spitzname angehört. Toothrod. Aber jetzt heißt er Herman Toothrod. Du denkst, ich stehe hier für meine Gesundheit? Ohohoh, Boi! Es sieht aus, dass jemand das hier aufgrund gelegt hat. Schieb den mal. Aber er bückt sich runter, wenn ich sage nimm. Schieb ihn mal. Ja, ich weiß noch keinen Shortcut für schieben. Äh, was? Aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen Zeit, um das Ganze zu verdauen, dass wir gerade unser eigenes Schiff versenkt haben. Wir kommen beim nächsten Mal wieder mit einer besseren Lösung weiter. Ah, jetzt habe ich einen neuen. Aber bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.